Backtracking ist angesagt, denn wir haben anscheinend irgendetwas vergessen. Und werden von dem Ding erstmal schlagen. Warum mache ich das eigentlich immer so? Das ist total dumm. Aber egal. Hast du auch mal einen gesehen? Was soll das denn heißen? Nichts, alles gut. Ja, du, du, du. Ja, sie stößt immer automatisch an die Wand. Dafür kann ich auch nichts. Ja, das ist wie bei deinen Fahrskills, ne? Ach, da liegt noch ein Medi-Pack. Oh, das hätten wir jetzt auch nicht gesehen. Sogar ein großes. Und wir dürfen auch, glaube ich, direkt wieder eins... Ja, wie viel haben wir da? Oh mein Gott, haben wir viele Medi-Packs verbrasselt. Unsere Statistik, darauf freue ich mich. Ja. Das waren zwei Medi-Packs. Jetzt sind es bestimmt 80 oder so. So, dann... Ja. Have fun. Ja. Genau deshalb. Das ist doch nicht normal. Weißt du noch, wo wir hin müssen? Erstmal dahin, wo wir Wasser holen können. Also zurück zu dem verbackten Krokodil. Vielleicht ist es ja jetzt sogar auch am Leben wieder. Ja, super. Das können wir jetzt ja... Ich hab's doch gesagt. Ja gut, jetzt kann es uns aber nicht töten mit dem Ding. Ich wusste es, dass es wieder am Leben ist. Weil wenn jetzt alles funktioniert, dann funktioniert das auch wieder. Wenn das Krokodil wieder funktioniert, nicht wenn es wieder lebt, wenn es funktioniert. Ja, das ist eine Maschine. Krokodil Error 404. File not found. So. Weiter. Ja, Moment. Zigarette, Zigarette. Tja, Krokodil, hättest du deinen Fehler behalten, könntest du leben. Aber so geht das nicht. Na, siehste. Jetzt hat er sich aber nicht so hingesellt. Nee. Dürfen wir... Also darf ich von dem Ding absteigen? Bitte. Sie bleibt sogar damit am Krokodil hängen. Das darf doch nicht wahr sein. Wo lang? Ähm, ich muss erst mal schauen, bitte. Ich weiß, wir haben nicht viel Zeit, aber mal schauen. Ja, hab jetzt mal speichert. So, ähm... Oh Gott, wo war das? Blauer Gang, oder? Das war... Unten? Jetzt nach unten? Das ist falsch, oder? Nee, richtig. Wups. Okay. Nee. Hä? Doch. Nein. Na toll, und jetzt kommt wieder diese lange Strecke hier. Nur nicht an den Wänden hängen bleiben, Lara. Ihr fliegt doch wie so ein Tornado nach oben. Ja, wäre schön, wenn man hier nochmal... Kann man hier nochmal beschleunigen? Nein. Nicht an der Wand hängen. Ich mein, wie ein Tornado, der sich dreht. Damit du nicht an den Wänden hängen bleibst. Ja, genau. Das war knapp. Hier müssen wir auch wieder hin. Nein. Ja, gut, ne? Oje, wo müssen wir denn jetzt nochmal... Ich sag doch, das ist an. Nach der Hebel war im Wasser. Ja, wollte ich grad sagen, was machst du denn? Ja, ist dann die Frage, geht das dann tatsächlich auf Zeit und das war eben auch verbuggt, oder? Nein. Das glaub ich nicht. Ja, aber warum war es dann jetzt wieder an? Wir hatten es ja aktiviert und danach gestartet. Ja, weil es vielleicht eine längere Zeit braucht, weil die sich dachten, ach, da ist vielleicht so eine Noxi oder jemand anders, der das nicht so schnell hinbekommen würde. Ich hab sogar extra noch jemand anders gesagt. Das ist sehr nett von dir. Macht's eigentlich auch nicht besser, aber gut. Was ist das für ein... Oh nein, nicht wieder die Stampfdinger. Die sind jetzt hoffentlich kaputt. Nein, sind sie nicht. Waren sie vorher auch nicht. Ich sag mal Speicher. Na gut, wenn du verreckst, musst du das ganze Zeug nochmal neu machen. Von da unten, ne? Mal abgesehen. Man kann doch nicht alle 5 Meter speichern. Das waren mehr als 5 Meter. Ich weiß, mein Neuwisseres-Dings ist nervig, aber ja. Manchmal. Aber jetzt wäre lustig... So müssen wir jetzt. Nach rechts. Jetzt wäre lustig, wenn wir... Das, wenn wir da jetzt doch nichts machen könnten. Ja, müssen wir aber. Was willst du sonst machen? In den Toten springen oder wie? Hui. Ja, da hinten war ja auch nichts. Ja, einfach da runter springen und hoffen, da ist irgendwo Wasser. Hui. Was ist das Rote? I don't know. Da liegt was, ne? Da lag was. Ja, aber ob sie das kaputt geschossen kriegt? Nein. Vermutlich nicht, ne? Aber wir können das uns ja merken, wo das lag. Weil da kommen wir bestimmt noch hin. Mhm. Oh, das ist bei den Feuer. Ne, das ist in dem großen... Doch, das ist bei dem Feuer. Egal. Ja, wenn das jetzt ein Secret wäre? Dann müssen wir ja jetzt... Ach, du machst mich wahnsinnig. Ja, wir müssen ja... Wasserfall, ne? Ja, stimmt. Das ist tatsächlich bei dem Feuer. Ach. Ja, egal, oder? Ja, aber wir haben so viele Medipacks verbraten. Also es ist beim zweiten Feuer. Und wir müssen beim Wasserfall rein, ne? Äh, nein. Wolltest du jetzt da rein, oder wie? Wo du grad... Nein, ich wollte jetzt nochmal das Feuer machen, damit wir die Sachen kriegen. Ja, und dann willst du jetzt wieder da rein, wo du grad rausgekommen bist. Da war aber genau die Scheiße, wo wir letztens hatten, ne? Ja, aber hier hinten waren wir doch auch. Okay. Na gut. Hä? Achso. Ist alles gut. Nein, das ist wieder dumm, was ich tue. So. Jetzt müsste es angehen. Das wird es aber hoffentlich nicht tun. Da kommen wir doch gar nicht... Ach doch, ich dachte schon. Also es ist kein Secret, leider. Aber ist Munizio. Und ein Medipack. Jetzt aber schnell. Jetzt wär's... Jetzt ist es an? Nein. Es wär so lustig, wenn das dann wieder angeht. Ja, da ist immer noch dieser Verarschungsgang. Ah, Stampferchen. Ich lach, wenn du jetzt wieder tot... Ich lach, wenn du jetzt tot gehst, weil jetzt hast du seit oft langer Zeit nicht mehr gespeichert. Wir haben eben gespeichert, als wir hier gestanden haben. Wie du das einfach nicht mehr mitkriegst, wenn ich speicher. Ich finde das gut. Ja, müssen wir jetzt echt nicht mehr links lang? Mm-mm. Ja, okay, wir gehen ja... Wir gehen erst mal dahin, wo wir jetzt waren. Ja, weil wenn wir jetzt hier... Kommen wir ja hier wieder dran. Genau. Hauptsache nicht ist mein Satz. Da war... Da unten war nur der Heizraum mit dem Schalter und dem Medikristall. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Ja, kacke. Dann geht's hier aber auch nicht weiter. Also bin ich wieder am anderen Ende von dem, wo wir rausgekommen sind. Ciao. Hallo. Ach, da hinten haben wir gestanden? Ja. Ah, fair gut. Wir haben uns hier nicht... Ja, gut, ne? Das muss bestimmt geflutet werden. Aber wie? Wie? Kannst du da rüberspringen? Nee, ne? Da haben wir... Nee, da oben haben wir gestanden. Da. Nee. Da rechts. Da. Ja, ja, über ihrem Schädel, da. Ja. Das meinte ich gerade. Ja, versuch doch mal, ob wir da rüberspringen können. Da unten, das schafft sie nicht. Das ist viel zu weit. Aber dass das geflutet werden muss, da könntest du recht haben. Aber wo und wie und... Was? Das leuchtet mir noch nicht so ganz ein. Oh, das läuft mir scheiße. Moment mal, vielleicht, auch wenn das jetzt sehr unrealistisch ist, vielleicht hält sie sich hier an diesen Platten nicht fest. Gut. Ui. Auch gut. Hätte ja sein können, dass sie irgendwie Lust hat, sich daran festzuhalten. Ich habe eher die Idee, dass die Platten rauskommen. Oder sie hält sich... Sie hat es halt fast geschafft. Ja. Schafft sie das? Mhm. Aber wir können es nur einmal versuchen, aber... Ja, vielleicht, wenn man diese Taste nicht mitdrückt, weil dann bremst man das ja was ab. Ich drück diese... M-m. Nee. Oh Gott. Scheiße, wo müssen wir jetzt hin? Ja, was haben wir... Ach, das ist doch Mist. Also dieser Raum hier, da müssen wir irgendwas tun. Ah, verdammt. Wir haben da oben gestanden. Vielleicht hätten wir mal versuchen sollen, da reinzuspringen. Das geht doch nie und nimmer. Wie willst denn du da reinspringen? Von da oben, nicht von hier. Ja, ja, klar, von da oben. Aber festhalten. Das geht. Genau. Das geht. Von hier unten nicht, aber von... Du meinst wohl an die Erhöhung da oben. Ja, ja, an dieses da. Und dann da runterlassen. Nicht runter, reinlassen. Nee, noch eins da hoch. Jetzt genau über Laras Kopf. Nee, noch eins hoch. Geh noch eins hoch. Da, da ist noch eins. Ah, ja, ja, okay. Dann kann man sich da runterlassen, aber das wird niemals klappen. Dann müssen wir den Weg ja jetzt wieder zurück. Ach, die Begeisterung, die ist uns doch förmlich ins Gesicht nicht geschrieben. Willst du dann den Leuten das echt nochmal zeigen? Das ist doch nicht weit. Jetzt, wir müssen jetzt erstmal zurück, dann wieder Luft holen. Darf ich das... Ich lasse das Ding jetzt hier. Dann wird's weiter, ne? Ich sag nur. Es dauert länger, ja, aber... Und du verreckst vielleicht. Kriegen wir ihn. Wir schaffen das. Du. Ja, ich muss ja immer in der Mehrzahl sprechen, weil... Wenn man immer nur mit ich spricht, das ist dann auch irgendwann ein bisschen doof. Ja klar, aber... Ich hab grad gesagt, weil ich gerade nicht dazugehöre, weil ich nicht deiner Meinung bin. Deswegen du. Ich lasse dich gerade machen. Luft holen wo? Ach, da ist auch noch ein Medikristall übrigens. Ähm, Luft holen wo? Hinter dir. Links. Ach, da liegt auch noch ein Medipack. Nein, das ist nicht mehr hier. Wir müssen hier wieder weg. Ja, da. Links. Jetzt da. Meine Güte, hab ich doch gemeint. Ja, tü. Da sind tausende Möglichkeiten, nach links zu schwimmen. Ja, links, links, links. Ja, was soll ich denn sagen, wenn du dich so schnell drehst, Mann? Heiei. Medipack. Das schaffst du, wenn du nicht wieder irgendwo hängen bleibst. Nee, wir haben ja das Gefährt nicht. Mit dem Gefährt hätten wir jetzt noch ein Medipack nehmen müssen. Oh. Jetzt können wir übrigens auch mal die Sachen, die da liegen, aufheben. Und dann schwimmen wir wieder Luft holen. Welche Sachen? Den Medikristall und das Medipack, die da noch liegen. Medikristall brauchst du nicht. Ja, egal. Da hast du ja eh jetzt Medipack genommen. Nehmen wir ihn mit. Was bringt das? Das ist eine persönliche Zeit. Ja, wenn es ein Secret ist. Es gibt doch kein Kristall, das ein Secret ist. Ach, das ist doch wurscht. Wir haben was halt und dann ist doch gut. Du kommst da gar nicht hin. Doch, kommt mal. Na, hat's die Lügen gemacht? Nein, es hat nicht die Lügen gemacht. Aber ist doch nicht schlimm. Da war das Medipack nicht. Rechts. Rechts. Ja, lass mich doch da auch mal gucken. Mensch, wir müssen eh jetzt zurück. Und wir müssen gleich jetzt wieder ein Medipack nehmen. Das ist so dumm. Ja, mit dem Gefährt wäre das viel einfacher gewesen. Nein, wäre es nicht. Doch, wäre es. Wäre es nicht. Und wir hätten auch kein Medipack nehmen müssen, weil wir nämlich dann sofort schneller an Land gewesen wären. Das ja, aber damit kannst du die Sachen unter Wasser nicht aufheben. Jetzt überleg mal, jetzt hättest du den Kristall benutzen können. Hättest du dir das Medipack sparen können. Egal, wir heben es ja jetzt wieder auf. Wahrscheinlich denken die Zuschauer jetzt genau wie du, aber es ist mir jetzt egal. So. Oh, Mann. Unser Let's Play, meine Spielweise. Ja, ich habe ja nichts gesagt. Du weißt jetzt, wo es ist, ne? Mhm. Genau. Und dann kannst du noch mal Luft tanken. Ich möchte einmal, was ist da? Da waren wir auch noch nicht, da schwimmen wir gleich auch noch mal hin. Ups, Entschuldigung. Ist nicht schlimm. Ist ja auch ein bisschen einschläfernd hier, diese Schwimm-Arie, immer wieder dieselben Wege. Ich habe gesagt, du sollst einen Cut setzen, weil das wird ein ganzer Part. Ist doch nicht schlimm. Aber du machst Verschnellerung rein. Nein. So. Das geht. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt wieder hin, um an die höhere Stelle zu kommen? Der Lila-Gang. Ja. Und nochmal speichern. Sollen wir jetzt, auch der Part ist jetzt zu Ende, egal, wir schwimmen jetzt da noch rüber und dann ist gut. Sollen wir jetzt in diesem rechten Gang, dieses grüne nochmal gucken oder sollen wir jetzt sagen, egal, wir gehen direkt in den roten Gang. Äh, Lila-Gang. Ach komm, Lila-Gang. Lass uns hier mal gucken. Ja, aber nur kurz. Ist nix. Weiter. Ach, da, ach, das ist scheiße. Das war, wo der Schalter ist. Ja, aber du kannst es noch schaffen. Über dir. Jetzt, äh, hinter dir. Ja. Vergiss es, wir müssen den ganzen langen Weg hochschwimmen. Das schaffen wir nicht. Das schaffst du. Jetzt hoch. Sag ich ja. Wir schaffen das. 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 Wir nehmen keins, wir nehmen keins, wir nehmen keins. Oh. Sag ich ja. Puh.